Wir sind Marie, Markus, Twice, Tauto und Shit-Talk. Ja, das bin ich. Shit-Talk? Ja, Shit-Talk. Ich finde das ein bisschen rassistisch. Naja. Aber wir sagen halt alle nur Shit-Talk, weil die ganzen neuen Leute immer Shit-Talk sagen, statt Kito. Die Loops immer. Ey, kurz mal, mich bitte nicht anschießen, egal was ich bin. Ich muss grad was sagen. Du bist in Flammen, Twice. Du bist direkt auf Twice schießen, komm, ich mein. Wieder weggehend, Twice. Du stirbst dann so oder so. Ähm, Leute, seht ihr das? Okay, er brennt nicht mehr. Okay. Knapp. Knapp, Twice. Gut, schon. Knapp. Und ja, wir haben es jetzt noch nicht hinbekommen, dass wir zwei Traitor haben. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil bei Rooftops ist es ja... Ja, kann man ja mit der Silent-AWP schön alles hier verwerben. Jetzt necken. Camper, Camper, äh, Camper-Dinner, gell? Markus, Alter. Oh, Markus, Alter. Oh, hab ich schon mal gesagt, dass ich Rooftops saß, ey? Was? Wie hast du auf mich geschossen? Alter, wie denn? Ich hab nur zehn Schuss mit meinem Rifle. Oh, Alter, was? Das war dann nur die Disco, kein Bock auf Fahne. Ah, das ist die Variante, okay. Ey, Kino, hörst du mir grad die Disco? Alter, Kino! Scheiße, ich muss auch die Disco! Sorry, sorry, Mann! Sorry. Das ist sogar die kleine Rooftop. Oh Gott. Leute, ich hab... Ich weiß, getötet, aber nur, weil er ewig lang, ewig lang vor mir stand, er nicht tot. Ja, hab ich auch grad eben gesagt gehabt. Äh, ganz kurz, große Kisten, äh, packen rum. Ja, das geht, sorry. Okay. Also, nicht raufrufen, ihr strafet drüber. Ähm, aber ich würd dann gleich nochmal reinjoin, weil ich muss zu... Oh, Alter, Kurga! Was war denn das für ein Wortanschlag? Na, Kurga, was war denn das für ein Wortanschlag an mich? Ja, Kurga ist gerade, dass der Tug-Handy unterwegs ist, auf jeden Fall. Hi, Kitoch. Hi, Kitoch. Oh, Kitoch ist es, er hat einen Festerschläger. Kitoch. Haben ihn. Ja, okay, habe ich auch zu sehen. Aber Kitoch, sei froh, wenn ich ein bisschen Zollfierer gewesen hätte, hätte ich dich von Feuer geklötet, Alter. Sie hat ja auch eben wie die Luft gebrochen. Was war hier, Alter? Das war jetzt kaum so. Oh, shit. Zollfinkram. Ey, das ist zu geil, Tim, auf dieser... Ja, war da nur ne Disco. Nur, ja. Ja, auf dem hat nur, nur ne Disco. Du wärst auch nur auf 400 Meter in die Tiefe gefangen. Also, nur ne Smough, hätte ich verstanden. Aber... Erstmal untergesprungen. Ich auch. Was ist los mit euch? Ah, das ist ein Loops. Winnie, Winnie, Honolulu, Strandbikini. Okay. Ja. Ach komm, sag jetzt nicht, das kann keiner von euch kennen. Ja, natürlich kenne ich's. Ist ein geiler Song. Kann man da mit einem Drumcover von dir rechnen demnächst? Schlagzeug dabei, oder? Alter, ist das eigentlich ne geile Idee, weil ich muss noch kurz aufschreiben. Ja, ich will, du machst das. Ich steh mal kurz rum, ja. Jetzt bitte mich nicht abschießt. Ja, ich nehme an... Turgas steht rum, er ist im Shop. Turgas steht rum, Turgas steht rum. Turgas steht rum, Turgas steht rum. Turgas steht rum, Turgas steht rum. Also, On, Nu, Lu, On, U. Ramm, Kava, Vorbereiten. Das ist wichtig, das sind die wichtigen Aufgaben im Leben. Tschüss, Turgas. Nichts. So, okay, ich hab den Zettel und den Stift jetzt beiseite gelebt, ich bewege mich jetzt wieder, ja. Okay. Er hat fertig geshoppt. Er hat so schlau. Er hat so schlau. So schlau, ey. Was machst du da? Was machst du da vor? Er hat ne Granate geworfen, Kidogal ne Granate geworfen. Er hat eine Smoke. Er ist Trader, er ist Trader. Missed Rogue. Er ist aktiv damit, Alter. Was soll das denn jetzt? Ja, ich bin oberrechtlich, Alter. I watch you, bitch. Das, Markus, okay. Markus, äh, Christin. Ich verfalle hier. Ah, hinter mir! Was? Hau, ha, ha. Hinter mir ist der Zettel, weiter. Es ist, Kurga. Okay. Hä? Du bist mir verarscht. Hau. Hä? Das ist mal die Lüge, Alter. Der freut sich richtig. Was? Was glaubst du noch? Alles klar. Da wirst er. Nicht, Alter, ich bin hier hinten, Alter. Ja. Ich bin am anderen Ende der Map, Junge. Wo weißt du denn, wo er gestorben ist? Wo kannst du, wie kannst du sagen, dass du in der Map bist? Die ist auf jeden Fall alle, Mann. Kito, 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 kito. Wie ist das denn? Er ist da hinten, rechts. Ganz hinten rechts, Rippen. Ja, warum bist du da? Ja, ich weiß nicht, wenn der ne Sniper hat, gehe ich da jetzt gerade nicht hin. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Der hat nur eine Sniper. Ja, okay, okay, dann jetzt go. Tau, Tau, ist das ein Zon vorgefaked, Alter? Nicht zuhör mich zu töten, sonst töte ich euch, Alter. Komm. Oh, ey. Oh, hast du gerade geschossen? Ich habe jetzt drei Feuer. Sonst schieße ich. Na gut, ich gehe da mal hin. Der Geduld, nein, ich mache dich. Ich habe ihn da im Schach. Na gut. Er ist unten. Zerfüten, Alter. Ja, da kommt er, ich sehe ihn schon. Ja, gut. Ah, scheiße, ich bin da angeschossen. Ja, das war richtig. Marie ist Drifter, Marie schießt mich, Marie schießt er ins Haufen. Ja, stimmt. Gut, gut. Recht. Lol, Alter, als ob er einfach sagt, ja, Kurka ist es. Oh, scheiße, was denn? Nein, 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 das mache ich nicht. Oh, geil. Was? Das ist, ihr beiden, du und Marie seid die einzigen mit einem Aufstand in Namen, weißt? Ach so. Und ich habe ihn mir jetzt einmal verschaut. Ach so. Ich fand es so geil, am Anfang der Runde, Tau Tau Zitat, ja, du musst halt einfach Zeit nehmen, die Namen zu legen. Ja, ich war, ja, ey, ihr habt es nicht gesehen, wir waren ganz hinten, wir waren ganz hinten bei den kleinen Turmen und wir sind uns im Kreis gelaufen, deswegen. Geile Runde. Ja, ihr müsst mal, sie hat mir zweimal den Rücken geschossen und dann bin ich ja immer im Kreis davongelaufen und sieh mir nach. Also wir haben uns ein bisschen rege, rege Reia gespült. Das klingt halt einfach schon gut. Oh, Mann. Wir haben halt also so gesehen abfangen und mit Waffen gespült und ich habe leider noch eine Rifle gehabt. Unlucky für dich. Mh. Wann hast du dich angeschlichen, Marie? Ähm. Jetzt, wann? Tja. Ich wundere mich, dass du mich nicht gesehen hast. Ja, ich habe nämlich, da war ich wahrscheinlich gerade im Scope. Ah. Oh, Mann. Okay, ich habe einen safe Camperplatz. Sieht mich wer? Ja. Was, ja? Sieht Tim auf jeden Fall im Hauptturm in der Mitte. Also am Ende der Map meine ich. Äh, da ist es noch. Ne, ich habe, also ich gehe da raus, weil du kannst die in die Kisten reinklitschen. Ich habe aus Versehen jemanden getötet, glaube ich. Also bei eurer Rooftop-Variante kann man sie in die... Du musst also aus Versehen jemanden getötet, ja? Aus Versehen, ja, ja. Jetzt hier mal gucken. Äh. Marie ist Traitor. Warum? Weil sie an einer Leiche vorbeigerannt ist. Lol. Weil ich an einer was vorbeigerannt bin? Da lag eine Leiche in der Tür. Warum sollte man außer als Traitor dran vorbeilaufen? Ich, ich... Oh, dem vermeintlich Toten kannst du ja natürlich Schuld geben. Hm. Immer, immer wird man Toten instrumentalisiert, ey. Ist da gerade verreckt? Hallo. Was ist der? Geh weg. Geh weg. Hast du jetzt schon die geilen Waffen hier rausgeholt? Ja, nur die Diegel und eine M16. Das ist daran geil. Was ist mir passiert? Es gibt einfach nichts, die passieren nun mal. Marie steht schon wieder rum bei hinten. Ja, aber... Okay, warum? Ist sie schon wieder im Shop? Nee. Na gut. Nee, nicht mal mit. Wenn Marie das sagt, dann ist das so. Ich bin trauriger. Danke. Was ist jetzt so? Damit... Sehr vorsichtig. Aber Leute, ich flieg meine Runde, gell? Marie, komm zu mir. Und? Hast du diese Armbrust? Oder? Marie, was machst du da? Oh Gott. Oh Gott. Marie, du stehst schon wieder rum. Ich will dich abschießen, weil du so lange rumstehst. Okay, ich bewege mich jetzt ganz viel. Ja, das geht. Das geht wohl. Okay? Du hast mir nichts zu sagen. Ja, gar nicht. Markus. Okay, wir müssen wieder kurz. Ah, ah. Ah, mhm. Okay, Markus, schlägt mir der Crowbar rum. Alles klar, Markus. Oh, irgendjemand hat mich abgeschossen. Von wo? So gut, Marie, ich fand's rechts irgendwo. Also Marie, Markus, fand's denn... Wo bist du? Ich glaube, ja, es war Tim. Tim? Von wo? Nein! Wo ist die Brust? Okay, er hat sie verraten, Häuser. Das ist da rechts. Definiere rechts. Haus da so, da, wo man so... Oh, wow. Wo er vorher schon war, die Runde davor, wo ich im Ausdruck sind. Ja, ja, genau da. Genau da. Ich glaube, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Nein. Sehr gut. Die letzten jetzt noch. Ich geh es mal. 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 Alter, auf einmal steht der vor mir, ey. Der kam von der Seite, mein Freund. Bocken, ey. Ich glaube, das hat man auch gar nicht gehört. Hat man nicht gehört. Oh, fuck, ey. Alter, was habe ich jetzt gerade für Weltuntergangswetter bei mir da haben? Und das hat aber heute nicht besser aus, weil es hat echt gestürmt, Leute. Nein, bei mir stürmt es gerade eben. Oh, shit. Oh, Gott. Oh, Gott. Stimmt, ich habe das aber, dass wir das für heute hier. Ich wäre fast runtergefallen. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich hier hänge. Hat ich aufgehangen? Nein, weil ich nicht auf die Kisten springen kann, weil man da durchklitscht. Aber was wohnt da eigentlich nicht? Oh, mein Toto? Hallo. Ist das so unten ein Explosiv-Fass? Nein. Okay. So was macht man einfach nicht. Das ist... Natürlich. Da bin ich ja vorgegangen, dass ich das überall machen kann. Das machen kann. Geil, toll. Na, shit, doch. Ja. Wenn man innocent ist, muss man sich Aufgaben nehmen für eine Runde. Ja, ich... Du bist nicht innocent. Finde ich auch nicht. Schau mal, warum bist du... Scheiße ist hier schon wieder. Warum bist du schon wounded im Reh? Warum wirst du da Granat nennen? Warum liegt da Stroh? Warum habt ihr eigentlich alle ne Maske auf? Taube! Wo? Keine Ahnung, gibt dort jetzt Soundcut. Toto und Marie sind es schon mal nicht. Also, Kito oder Markus. Nein, Kito. Warum die anderen nicht? Leute? Okay, jetzt hab ich Schluss. Ne, ich hab keine Ahnung. Ne, jetzt Toto. Was? Okay, okay. In dem Haus ist der Traitor. In welchem Haus? Hier in dem Haus auf Taube Expo. Okay. Ich bin aber bei Toto. Marie oder Kito? Genau so. Weißt du, Alter. Was sollte das denn, ey? Seid ihr komplett dumm? Wir machen hier gegen Kito oder Marie. Weil ihr Jungs sein muss, der doch nicht gegenseitig abballern muss, der, ey. So vielleicht. Was war denn das jetzt, bitte? Was war denn das jetzt, Kurga? Was war denn das für eine Aktion in dem Haus? Wir hatten hier in dem Haus gebeten. Machst du das, Toto? Ne, ich hab Marie da drinnen erschossen. Im G-Tog mit der Traube weggesprengt, hat Marie ein One-Tap-Game, hat Markus mit zwei Schuss weggebracht, dann hast du mir ein Headshot-Game und ich hab eine Second Chance gehabt. Danke. Aber man sieht, man kann auch mit vier Leuten auch eine Traitor-Runde gewinnen. Ja, wie es mögt. Wenn man Toto ist. Ich hab's zweimal bewiesen, also von daher. Ey, aber man muss aber auch bei mir sagen, ich war auch in der härtesten Schule gelernt. Ja, das stimmt allerdings, das muss man so sagen. Schule. Schule, was ist das? Studium. Nein, ich sag in der härtesten TTT-Schule, die es auf YouTube gibt. Die TTT-Schule, jetzt. Yeah. Toll. Ah, Marie ist es! Sie ist es! Wow, nein, ich bin's nicht. Doch, du hast mir... Ey, du hast mir gerade eine Inzi vor die Füße geworfen. Rundenstadt oder so, also ich glaub Tau-Tau ist es. Hey, sie hat mir gerade eine Inzi vor die Pappen georfen, ich bin auf einer Sechze. Ich bin... Nee, ich glaub das war vor Rundenbeginn und sie ist dann einfach in der Runde explodiert. Ja, aber trotzdem machen wir das nicht. Das mache ich aber auch manchmal. Ja, aber warum... Warum so knapp vor Rundenbeginn? Was soll das? Was ist das denn? Logik. Ey. Hä? Nächste Bordernschlag von Markus. Okay. Ja, sie ist... Walle, Walle. Ja, in der Runde jetzt. Ah, shit. Man muss doch irgendwie Spaß haben, was Innozenten. Ja, ist halt echt so. Was, Markus? Nein. Wenn du jetzt die Brücke kaputt machst, dann bist du tot, ganz ehrlich. Nee, ist halt wirklich. Warum? Bam! Markus, glaub du bist es, oder? Ja, ich hab das Smokern, der hat da auf Keytop geschmissen. Ein Traitor. Wo ist der Keytop? Der ist bei diesem Wasserturm. Ah! Loll. Ich hab's, ganz ehrlich, ich hab ihm auch sehr viel erleichtert. Ich hab Marie weggeballert, ich hab mich selbst umgebracht. Ja gut, das war... Also, das war... Wenn du das jetzt gemacht hättest, dann... Danke fürs Zuschauen. Oh, man, Highrise ist auch nice. Bis zur nächsten Runde, macht's gut und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.